Die meisten Tuninginnen, wenn Sie mir leiden, sie ist unsere Stimtik zum Tuning. Die Stimtik zum Tuning-Projekt war definitiv alles. Ich kann ganz klar sagen, meine zweite Geburtstätte ist hier vor 8 Jahren gewesen. Ich lebe für die Tuning und von der Tuning-Branche. Ich bin ganz besonders stolz, heute hier in der Premiere gerade meine Heimat hier in Theresa präsentieren zu dürfen. Und ich habe euch für die gesamte Messe meine gesamte Karriere zu verdanken. Und freue mich, dass ich hier so erfolgreich sein darf. Und hoffe, dass sich auch noch so die ein oder andere frülle, exponentielle Vorstellungen erzeugen darf. Ja, fangen wir doch gleich mal mit dem ersten an. Oh, aber ich habe ein bisschen Angst davor. Wenn wir jetzt nämlich die Hügel entfallen lassen, dann hören Sie mir nicht mehr zu, weil der Wagen ist wirklich eine absolute Augenweide. Und ich muss noch mal ganz kurz sagen, das ist wirklich klasse, was sich in den ersten Jahren der Automobilindustrie hier wirklich getan hat. Und wir sehen Fahrzeuge, die Fahrkomfortanleichterung, Fahrassistenzhilfen. Wir haben so schöne Optiken in der Serie, wie sie kriegen oder Kino- oder Konzertseilfehlungen. Wir haben so tolle Erneuerungen. Und bisher hat sich noch kein Tuner oder kein Automobilhersteller darin gebracht, die Zeit, die wir hier im Auto nutzen, für unsere Gesundheit zu wenden. Wir haben Musik, wir haben Massage, wir haben Fahrhilfe, wir haben Fahrassistenz, Migration, Reifertippkontrolle, Parkhilfe, alles haben wir. Aber wir haben noch kein System, mit dem wir unsere Gesundheit beenden können. Bis heute 16 Jahre Forschung am BMSI-Systeme Berlin. Dr. Professor Libera hat es geschafft, dass wir jetzt das MI präsentieren können. Medical Health Interface. Und das werde ich weiter klären. Und ich darf Sie jetzt bitten, den Silver Star zu zeigen. Was genau in der Fahrt passiert. Ich gehe hier. Die Jungs machen Stand. Und... ... und LKW-Fahrer. Wundervoll. Handelsreisende verbringen viel, viel Lebenszeit auch noch. Die Medical Health Industry, das Medical Health Interface, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zeigt, die wir... ... wenn wir die LKW-Fahrer zusammenhören, der LKW-Systeme, natürlich haben wir jetzt im Wesentlichen die LKW-Systeme, der LKW-Systeme, der LKW-Systeme, der LKW-Systeme, ging zum Internet als 1,5L Kaset. Das heißt, die Zelle kann ja das tun, wofür sie Ursprung da schaffen wollen, gesund zu sein. Und das sagt er auch schon einwand einschlang, alles im Leben ist schöner. Und die haben wir hiermit wieder hindestellt. Vielen Dank, das ist eine가락ischeliste, die wir Ihnen auch hier auf der Messe bekommen können, zur Erhaltung und auch heute schon. Sie dürfen gerne! Vielen Dank.